Wisst ihr, was mir auf den Sack geht? Lego Star Wars! Warum? Heute mit Startshootern! Oh nein! Oh nein! Ja, ja, das war schon eine feine Erfindung, als 2014 in der Technikbranche jemand saß und sagte, wir müssen unsere Lego Blaster revolutionieren. Und dafür brachten sie dieses formgleiche, schöne und auf keinen Fall hässliche und abstoßende Teil auf den Markt. Das bestimmt dafür gesorgt hat, dass das ein oder andere Kind sein Auge verloren hat. Ungefähr so. Au! Das ist fast zu schön, um warm zu sein. Das ist zu warm, schön zu sein. Ach ja, damit ließen sich die kleinen Brüder doch in Schach halten, oder nicht? Nein, aber mal im Ernst. What the fuck ist das? Guckt euch diese Scheiße an! Und es bleibt ja nicht nur bei diesem Ding, dass man die Minifiguren in die Hand drückt. Nein! Werden Startshooter einfach auch schon in kleinere Battlepacks in dieser Form eingebaut. Ich meine, es redet ja keiner über diese Startshooter. Die sind ja noch ganz cool hier mit der Drehfunktion und so, aber auch das sieht eher ja aus. Aber Startshooter sind wirklich in jedem Piss. Hier haben sie es wirklich wenigstens farblich angepasst, auch wenn es und es macht sogar Sinn vom Schiff her, dass die da sitzen. Aber what the fuck? Der Speeder ist in Grau, Dunkelgrau und Beige und welche Farbe haben die Startshooter? Schwarz! Da schreit total nach. Hallo, hier ist eine billige Kinderspielfunktion. Benutze mich! Und falls ihr euch fragt, warum regt er sich denn auf? Ich meine, es beschränkt sich doch lediglich auf Battlepacks und kleinere Spielsets. Nein! Dann kaufe ich mir einen Scheiß X-Wing für 100 Euro und dann sind da was dran? Startshooter! Diesmal wenigstens in der passenden Farbe, aber das Klickding natürlich in Dunkelgrau. Nice! Ja, also seht, diese Startshooter gibt es in den verschiedensten Konfigurationen. Die Variante, die mir aber am meisten auf den Sack geht, ist dieses kleine Scheißteil. Ich möchte mir jetzt mal für dieses Experiment zur Seite stehen. Ich bin allerdings deswegen verpflichtet, euch folgende Werbung einzuspielen. Dieses Video wird produziert von HandSolo. Bleiben Sie nicht länger Solo und fliegen Sie gemeinsam. Um das einmal zu demonstrieren, die Idee von Startshootern ist diese hier. Ihr nehmt die Figur, ihr drückt ihr den Startshooter in die Hand und dann Ja, äh, und dann Äh! Und das ist die Sache, die ich richtig dumm an Startshooter nehme. Ihr könnt jetzt nicht da oben draufdrücken und es schießt, sondern die Hand wird immer noch weiter runtergehen, was das Zielen und Aimen eigentlich ziemlich dumm macht. Um einen Startshooter ideal in einer Figurenhand abzufeuern, müsstet ihr mit der einen Finger der anderen Hand den Dings heben und dann könnt ihr schießen. Diese Idee ist vielleicht verrückt genug. Uns alle um! Naja, so weit geht's dann vielleicht doch nicht, aber dumm ist sie trotzdem. Kommen wir mal aufs Thema Design. Ich stelle euch jetzt mal eine einfache Frage. Wie sieht Han besser aus, wenn er den Startshooter trägt oder wenn er den Blaster trägt? Die Antwort ist simpel. Richtig! Definitiv der Startshooter! Definitiv nein! Oh, wen verarsche ich hier? Also im Ernst, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ähm, gut, im Snowtrooper Battlepack haben sie jetzt wieder richtige Waffen. Vielleicht haben sie es begriffen, aber ich mache dieses Video in der Hoffnung, dass sowas hier nie wieder vorkommt. Nie wieder auch sowas bitte nicht. Wenn dann in der richtigen Farbe. Dann ist es mir egal. Aber so, fuck! Aber Startshooter sind ja nicht nur für uns, ähm, Sammler oder auch, ähm, äh, ein Grau, sondern auch für Mocker. Weil, ich habe so viele von diesen Dingern, die ich nicht benutze, weil sie komplett scheiße aussehen, dass regelmäßig das hier passiert, wenn ich meine Ersatzteile durchwühle. Dann wollen wir noch mal sehen, was wir heute aus den Ersatzteilen noch bauen können. Oh, ein Startshooter. Hm, der muss da wohl irgendwie reingekommen sein. Startshooter? 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 Startsho- Und erzählt mir nicht, dass euch das noch nie passiert ist. What the fuck? Fazit zu Startshootern kann ich nur eins sagen. Was für ein gigantischer Scheißdreck. Was kann ich jetzt also schlussendlich zu Startshootern sagen? Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Ja, ganz sicher. Das fasst das, denke ich, ganz gut zusammen. In diesem Sinne, falls euch dieses Videoformat gefällt, dann freut euch auf die nächste Episode, die ist nämlich schon in Planung. Lange war es ja angekündigt als Everything I hate about LEGO Star Wars, aber ich habe es jetzt nochmal umbenannt. Ich hoffe, für euch passt der Name. Ansonsten schreibt gerne Namensvorschläge für das Format in die Kommentare und ihr könnt euch auf die nächste Folge schon freuen. Da werden wir uns auch nochmal mit einem ganz spezifischen Ding beschäftigen. Und auch das Kontoformat wird gleich kommen. Everything I love about LEGO Star Wars. Dafür habe ich auch einen neuen Namen. Ihr werdet schon sehen, was dabei rauskommt. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Sag bis denn und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister. Outro тут Untertitelung des ZDF, 2020